Ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich ganz besonders, wenn Sie mir ein bisschen zuhören, denn ich bin so nervös. Endlich, nach fast 50 Jahren, darf ich hier in diesem Haus am 30. November meinen großen Abend, den großen Abend ist ein kleiner, bescheidener Abend, aber ich stehe immerhin fast zwei Stunden auf der Bühne und versuche Sie zu unterhalten, mache mich über mich selber lustig, wie das so immer bei mir der Fall ist, weil ich ja gerne lache und hoffe, dass Sie alle kommen und Sie werden Freude haben. Ich singe ein paar sehr schöne Hits aus den Musicals und dann ein paar Lieblingslieder, die ich besonders gerne habe, wo mir meistens der Text dann nicht im Moment einfällt, weil ich natürlich furchtbares Lampenfieber habe. Alles Gute und freue mich auf Sie, Ihre Dagmar Koller.